Ein wenig Weihnachtsvorbereitung muss ja doch sein. Du leuchtest halt nicht so schön wie ich, Cyril. Ho, 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 ho! Kinder! Ihr müsst keine Angst haben vor dem Ombudsmann. Vor dem Weihnachtsmann. Oder wie mich die Erwachsenen im Bundeshaus nennen. Alten, weissen Mann. Oder wie mich Kinder heute Tags nennen. Ey, Alten! Ja, ihr Kinder, wenn ihr mit den Klötzen da in der Hand rumlauft, komme ich mir schon ein wenig führig vor. Wie das Gürtchen im Cheeseburger. Es ist zwar da, aber niemand braucht es. Ja, Briefe und Wünsche komme ich auch immer seltener rüber von euren Kindern. Aber einer hat mich besonders beeindruckt. Der von Kevin. Ja, mein Klaus. Und liebe Migros. Schaut bitte nächstes Jahr, dass ihr ein wenig mehr Kalender vom Dezember produziert. Als ich einen kaufen wollte, hat es nur noch einen mit 24 Tagen. Ich kann jetzt hier eine Liste mit Sachen, die ihr über das Jahr mit ein paar Posket, aber auch gut gemacht haben. Zuerst zu den Erwachsenen. Severin! Findest du nicht auf den Teppich? Ah, nein! Nein, das war ein DM mit meinem vordersten Schlittenhund. Ferrero! Hersteller von der Kinderjockey. Von Kindern für Kinder klingt zwar schön, aber es ist es nicht für die Kinder auf der Plantagen. Andreas Meier, ob sie jetzt geblieben wären bis zum January Basis-Tunnel, hat nicht verhindert, dass wir die offene Tür auf den Pfarrz und Peter Spuhler aus den Ohren bläst. Und trotzdem hat es einen Vorteil. Jetzt kann man wieder wie früher aussteigen, wenn man will. Wir kommen zu den Kindern. Greta und Roger Köppel, ihr habt viel geschwänzt. Liebe Klimademonstranten, ihr habt viel Abholung gelassen. Donald Trump! Hä? Ja, die Mitarbeiter sind immer noch dran, der Server am Flicken. Ähm, ja, Carlos, ich habe dich schon immer für einen Carlos gehalten. Aber seit ich deinen echten Namen kenne, bist du mir viel sympathischer. SRF, schön habt ihr gespart. Roger Federer, freut mich, dass du mal endlich rechte Schuhe hast. Swisscom, ihr strahlt mittlerweile so fest, wenn ich an euch denke, geht ihr mir gerade die Sonne auf. Hashtag Sunrise. Äh, nur Salz hat man die Suppe nicht versalzen. Äh, Apropos Salz, Apropos Salz, Kinder, habt ihr schon ins Kaliumiodid Salz bereit. Und AKW Müllerberg, schön hast du gestrahlt. Und zuletzt zu dir, Elon Musk. Es hat mich schon verwundert, aber auch überrascht, als du dich getraut hast, eine alte Kinderzeichnung von dir den Leuten zu zeigen. Ja, das wäre es gewesen. Vom Weihnachtsball, nein, vom Nordpol natürlich. Ich wünsche viel Spass bei eurer Jocke oder so. Ich bin... Applaus